Kanada ist ein unglaublich sicheres Land. Die Statistiken über Verbrechen, Gewalt und insbesondere Mord sind in der Regel niedriger als in den meisten anderen Ländern. Aber es scheint, dass die Vorfälle, die sich in Kanada ereignen, oft besonders tragisch sind. Und dieser Fall ist keine Ausnahme. Loretta Saunders wurde am 25. August 1987 in Happy Valley geboren. Sie war eines von acht Kindern und wuchs in einer sehr eng verbundenen Familie auf. Diejenigen, die sie gut kannten, sagen, dass sie unglaublich klug, fröhlich und einfach eine rundum schöne junge Frau war. Sie hatte eine etwas unruhige Vergangenheit. Sie brach die Highschool in der 9. Klasse ab, zog nach Montreal und hatte Probleme mit Drogen und Alkohol, während sie obdachlos war. Aber hier ist die gute Nachricht. Durch eine Therapie gegen Drogenabhängigkeit gelang es ihr, ihr Leben zu ändern. Dann zog sie auch zurück nach Hause, um ihre Ausbildung zu beenden. Sie hat ihr Leben komplett umgekrempelt und hatte so viel, auf das sie sich freuen konnte. Mit 26 Jahren hatte sie an der St. Mary's University in Halifax Soziologie und Kriminologie studiert. Da sie selbst eine stolze, indigene Frau mit Inuk-Abstammung ist, schrieb sie ihre Doktorarbeit über vermisste und ermordete indigene Frauen in Kanada. Sie hatte einen Langzeitfreund namens Yeltsin Sukultey. Mit dem war sie seit zweieinhalb Jahren zusammen und die beiden hatten erst kürzlich erfahren, dass sie ein gemeinsames Baby erwarteten. Loretta war sehr gut in der Schule und sie liebte es, indigene Frauen zu vertreten. Hier ein Zitat ihres Freundes Yeltsin. Sie war einfach so leidenschaftlich bei diesem Thema und dieser ganzen Schulsache. Sie war so glücklich über das Feedback, das sie von ihren Professoren bekam. Das war ihr sehr, sehr wichtig. Sie wollte immer Jura studieren. Sie war die fleißigste Person, die ich je gesehen habe. Es war umwerfend. Loretta versuchte während ihres Studiums ein wenig Geld zu sparen und beschloss, ihre Wohnung unterzuvermieten und zu ihrem Freund zu ziehen. Sie schaltete eine Anzeige zur Suche eines Untermieters. Auf ihre Anzeige meldete sich ein Pärchen, der 25-jährige Blake Ledgett und die 28-jährige Victoria Hanneberry und Loretta nahm sie als neue Mieter an. Kurz nachdem die beiden eingezogen waren, behaupteten sie, sie hätten finanzielle Schwierigkeiten. Sie waren mit der Miete im Rückstand, die 430 Dollar im Monat betrug und die Situation zwischen Loretta und dem Paar wurde etwas angespannt. Sie hatte die Miete mehrmals angemahnt, aber jedes Mal hatten die beiden eine neue Ausrede, warum sie nicht zahlen konnten. Loretta war mit ihren Nerven am Ende und war wirklich sauer auf die beiden, weil sie ihre Miete nicht bezahlten. Sie zahlte ihre eigene Miete immer pünktlich und war ein äußerst verantwortungsbewusster Mensch. Und obwohl sie Verständnis für deren Situation hatte, war es nicht so, dass sie finanziell gutgestellt war und die Differenz ausgleichen konnte. Daher war es für sie frustrierend, dass es von Anfang an Probleme mit der Zahlung gab und sie diejenige war, die bei ihrem Vermieter in der Klemme saß. Es war der 13. Februar 2014. Loretta beschloss, ein letztes Mal zu versuchen, die Miete einzutreiben und wenn sie diesmal nichts halten, würde sie sie zwangsräumen müssen. Sie stieg in ihrem blauen Toyota, verließ die Wohnung ihres Freundes und fuhr zu der untervermieteten Wohnung in der Cowey Hill Road. Sie wollte ihre Miete abholen und war fest entschlossen, ihnen zu sagen, dass sie gehen müssten, wenn sie das Geld nicht hätten. Als sie dort ankam, waren sie nicht zu Hause. Also rief sie an und sagte ihnen, dass sie ausziehen müssten. Die Videoüberwachung zeigt, wie sie am 13. Februar die Wohnung allein verlässt. Zu diesem Zeitpunkt schien ihr niemand zu folgen. Das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Loretta's Freund Jelzin hörte für den Rest des Tages und des Abends nichts mehr von ihr. Doch am nächsten Tag, dem 14. Februar, erhielt er eine seltsame Textnachricht von ihrem Handy. Die Nachricht lautete, ich bin so gestresst, dass ich mich nicht einmal mehr an den Mädchennamen meiner eigenen Mutter erinnern kann. Ihr Freund wusste, dass sie unmöglich die Mädchennamen ihrer eigenen Mutter vergessen konnte. Das ergab keinen Sinn. Außerdem, warum war sie auf einmal so gestresst? Loretta's Telefon nahm am 14. Februar gegen 13 Uhr auch kurz Kontakt mit ihrer Schwester Delilah auf. Delilah sagte später, dass das Gespräch verdächtig kurz war. Nachdem sie nichts mehr von Loretta gehört hatte, meldete ihre Familie sie am 17. Februar als vermisst und organisierte eine umfangreiche Suchaktion. Freunde und Verwandte starteten eine Online-Spendenaktion, um Loretta's fünf Brüder und Eltern von Neufundland nach Nova Scotia zu bringen und bei der Suche zu helfen. Es war eine Situation, in der alle Hände voll zu tun hatten. Loretta wurde geliebt und vermisst und man wollte sie schnell finden. Ihre Schwester Delilah, die am anderen Ende des Landes in British Columbia lebte, flog am 18. Februar nach Halifax, um eine Social-Media-Kampagne zur Suche nach ihrer Schwester anzuführen. Sie hängte Poster mit Loretta's Fotos in der ganzen Stadt auf und forderte die Menschen auf, den Hashtag FindLoretta zu verwenden. Da Loretta hellhäutig war, wurde sie von den Ermittlern zunächst als weiß identifiziert. Obwohl sie auf den meisten Bildern, die man im Internet von ihr findet, blond war, handelte es sich eigentlich nur um blond gefärbtes Haar und sie war von Natur aus brünett. Laut ihrer Mutter Miriam machte dies einen Unterschied in der Art und Weise, wie man ihre Familie behandelte. Sie erzählt, dass sie das Privileg von Weißen aus erster Hand erfahren habe. Wenn eine Person der First Nations oder eine andere nicht-weiße Person vermisst wird, wird die Familie oft anders behandelt als eine weiße Person. Da die Polizei davon ausging, dass Loretta weiß ist, hat Miriam sich darauf eingelassen, um zu sehen, wie es weitergeht. Da Loretta als weiß eingestuft wurde, wurde Miriam jedes Mal, wenn sie bei der Polizei anrief, um Informationen zu erhalten, an einen Ermittler weitergeleitet und auf den neuesten Stand gebracht. Später, sagte Miriam, als bekannt wurde, dass Loretta eine indigene Frau war, hatte sie es plötzlich mit Mittelsmännern zu tun und bekam selbst keine Antworten mehr. Sie sagte, ich musste sie beschimpfen und mein Vater würde sich im Grab umdrehen. Er mochte es nicht, wenn ich fluchte. Von da an ging es nur noch bergab. Am Tag, nachdem Loretta als vermisst gemeldet wurde, wurde ihr Auto in der Nähe von Windsor in Harrow, Ontario gefunden. Und wer hatte das Auto? Die beiden, Blake und Victoria. Das Paar, das ihre Wohnung untergemietet hatte. Der Toyota war vor einem Haus geparkt, in dem das Paar wohnte. Das Paar hatte auch den Ausweis, die Bankkarte und das Mobiltelefon von Loretta. Sie wurden umgehend wegen Besitzes gestohlener Gegenstände und Betrug verhaftet und im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Loretta befragt, da sie noch immer nicht auffindbar war. Durch ihre Verhöre erfuhr die Polizei Informationen, die sie zu der Annahme veranlassten, dass es sich nicht mehr um eine Vermisste, sondern um einen Mord handelte. Loretta's Leiche wurde am 26. Februar gegen 16.30 Uhr auf dem breiten Mittelstreifen der vierspurigen Route 2 des Trans-Canada Highways westlich von Salisbury gefunden. Das war zwölf Tage, nachdem ihre Familie am Valentinstag das letzte Mal von ihr gehört hatte. Die Polizei sagte, die Leiche sei nicht von einem Passanten gefunden worden. War es darauf hindeutet, dass entweder Victoria oder Blake ihnen den Weg zu ihrem Fundort beschrieben haben. Es ist ziemlich klar, dass sie sie auf dem Weg von Halifax nach Harrow am Straßenrand abgelegt haben. In Kanada ist es im Februar kalt und es hat viel geschneit. In dem Gebiet, in dem ihre Leiche gefunden wurde, hatte es an dem Tag, an dem sie verschwand, 30 Zentimeter Schnee gegeben und im Laufe der Zeit kamen weitere 30 Zentimeter hinzu. Als die Polizei sie aus dem Schnee befreite, fand man ihre Überreste in einer Hockey-Tasche, die das Paar einfach am Straßenrand abgelegt hatte. Am 13. Februar 2014, gegen 11 Uhr, ging Loretta zu ihrer Wohnung in der Cowey Hill Road, um die Miete von Blake und Victoria abzuholen. Loretta saß auf der Couch im Wohnzimmer, während sie auf ihre Miete wartete. Blake und Victoria hatten das Geld allerdings nicht bei sich. Victoria wurde klar, dass Blake Loretta umbringen wollte. Victoria log Loretta an und sagte, sie habe ihre Bankkarten verloren. Victoria sagte Loretta, dass sie die Bank anrufen müsse. Während sie Loretta dort festhielt, kam Blake hinter Loretta, packte sie an die Kehle und würgte sie. Loretta wehrte sich und die beiden landeten auf dem Boden im angrenzenden Esszimmer. Blake versuchte Loretta mit einer Plastiktüte zu ersticken, aber Loretta gelang es, die Tüte zu zerreißen. Blake stülpte ihr drei verschiedene Plastiktypen über den Kopf, aber es gelang ihr, jede einzelne zu zerreißen. Victoria war während des Kampfes anwesend. Blake schlug dann Loretta's Kopf zweimal auf den Boden, woraufhin sie sich nicht mehr bewegte. Dann wickelte er ihren Kopf in Tücher ein. Er steckte sie in eine Hockey-Tasche, die Victoria gehörte, und räumte auf. Er und Victoria verließen die Wohnung, um einen Computer in einen Laden zurückzubringen, um Bargeld zu bekommen, und ließen Loretta's Leiche in der Wohnung zurück. Dann kehrten sie in die Wohnung zurück. Blake trug Loretta in der Hockey-Tasche in den Aufzug und zur Vordertür hinaus. Victoria und Blake legten Loretta in den Kofferraum von ihrem Auto, packten einige Habseligkeiten das Auto und verließen Halifax, wobei sie unterwegs anhielten, um Lebensmittel und andere Dinge zu kaufen. Diese Einkäufe wurden mit Loretta's Bankkarte getätigt. Sie benutzte auch Loretta's Telefon und schrieb Yeltsin eine SMS, wobei sie vorgab, Loretta zu sein. Als Blake und Victoria in Salisbury ankamen, hielten sie am Straßenrand an und ließen Loretta's Leiche, die sich immer noch in der Hockey-Tasche befand, in einem Waldstück am Mittelstreifen liegen. Zu diesem Zeitpunkt schneite es. Blake und Victoria fuhren weiter nach Harrow, wo sie bei einem Freund übernachteten. Dort wurden sie am 18. Februar in Loretta's Auto mit ihrem Ausweis, ihrem Telefon und ihrer Bankkarte verhaftet. Eines der wichtigsten Erkenntnisse, die man aus dieser Sage mitnehmen kann, ist, dass sie gekämpft hat. Sie hat sich gewehrt. Sie hat absolut um ihr Leben gekämpft. Blake und Victoria wurden wegen Mordes angeklagt. Blake bekannte sich des Mordes 1. Grades und Victoria des Mordes 2. Grades für schuldig. Aufgrund ihrer Schuldeingeständnisse sind sie schuldig und im Gericht mussten keine Beweise vorgelegt werden. Jeder Einzelne hat seine eigene übereinstimmende Aussage zum Sachverhalt eingereicht. Beide haben eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Blake muss 25 Jahre absitzen, bevor er Bewährung beantragen kann, dass es die obligatorische Strafe für Mord 1. Grades. Der Richter teilte Victoria mit, dass sie 10 Jahre absitzen muss, bevor sie einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Vor ein paar Jahren gab es eine kleine Kontroverse um Victoria Hanneberry. Es wurde herausgefunden, dass ihr eine vorübergehende Abwesenheit vom Gefängnis gewährt wurde, um an einem Kreis indigener Frauen teilzunehmen, die sich untereinander austauschen und gemeinsam trommeln. Am 20. Februar wurde Victoria Hanneberry der begleitete Zugang zu einem Austausch- und Trommelkreis gewährt und sie bat um weitere 24 Sitzungen in den nächsten zwölf Monaten für ihre persönliche Heilung. Ihr erster Antrag wurde aufgrund ihrer Verurteilung wegen Mordes abgelehnt und die Zielgruppe des Zentrums sind andere indigene Frauen und Kinder. Die Organisation unterstützt aktiv die Familien von Vermissten und Ermordeten indigenen Frauen und Mädchen. Victoria war in dem Mord an einer indigenen Frau verwickelt. Es ist verständlich, dass man sie dort nicht haben wollte. Doch letztendlich änderten sie ihre Entscheidung jedoch und erlaubten ihr die Teilnahme. Loretta's Vater äußerte sich zu dieser Angelegenheit. Er sagte, es gibt keine Wiedergutmachung, es gibt keinen Schlussstrich, das ist sicher. Wir haben das Gefühl, dass wir es mit dem Begnadigungsausschuss und dem Justizsystem zu tun haben, und wir werden einfach im Regen stehen gelassen. Es ist eine Art verdrehte Welt, in der ein Mörder einer indigenen Frau zu einem Heilungskreis kommt, der von Aktivisten organisiert wird, die die Familien von Vermissten und Ermordeten indigenen Frauen unterstützen. Die Vereinten Nationen haben die kanadische Regierung aufgefordert, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. Ohne Erfolg. Loretta wurde wegen 430 Dollar Miete umgebracht, auf eine äußerst brutale Art und Weise und dann am Straßenrand entsorgt. Loretta war wichtig und sie wurde und wird immer noch von ihren Freunden und ihrer Familie sehr geliebt. Was ist deine Meinung zu diesem Fall? Musik 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 Musik